Hallo und herzlich willkommen bei richtig oder falsch. Apple ist das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Das ist leider falsch. Man denkt immer, Apple wäre das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Eigentlich ist Apple aber das Unternehmen mit der stärksten Marke der Welt oder der wertvollsten Marke, wenn man so will. Der Markenwert von Apple liegt laut einem aktuellen Ranking bei über 234 Milliarden US-Dollar. Etwas anderes ist das Thema den Umsatz zu betrachten. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, dann ist Walmart das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Der US-amerikanische Handelsriese verbucht insgesamt 378,8 Milliarden US-Dollar im Jahre 2018 nach einer Studie von Ernst & Young. Ein 30-sekündiger Werbespot beim Superbowl-Finale hat im US-TV 2018 mehr als 5 Millionen US-Dollar gekostet. Ja, das ist sogar richtig. Diese unvorstellbare Summe hat ein 30-sekündiger Spot gekostet und das ist weit mehr als noch vor über zehn Jahren. Wenn man sich mal den Wert 2008 anschaut, dann lag es gerade mal bei 2,7 Millionen. Das heißt also eine erhebliche Steigerung, aber dafür hat man auch fast 100 Millionen Zuschauer erreicht.